So, hallo! Hallo Leute! Da sind wir! Wir haben es vorhin schon mal probiert, da hat es irgendwie nicht geklappt, aber... Wie auch immer, irrelevant! Wir werden heute mit unserem Let's Play Channel starten Ja, wäre super toll, wenn ihr, ich weiß, es stresst, abonniert! Ja, ok... Ja, ja, schaut einfach vorbei, wir werden eröffnen mit einem super geilen Let's Play Together von Castle Crashers Mit dem Peter Genau, der wird auch noch dabei sein, falls er dann... Aber der ist halt gerade nicht da, weil er irgendwie... Ja, Alter, Mieze, lass mich in Ruhe! Ja, weil er irgendwie die Mieze, lass mich in Ruhe hat! Ähm, ne, der hat irgendwie... keine Ahnung, keine Zeit lang... Alter! Schaut einfach vorbei und freut euch auf viele nicht-jugendfreie Ausdrücke und ganz... Lass mich dabei in Ruhe, Alter! Und ganz viel Gewalt, das wird auf jeden Fall mit sich! Schaut vorbei, ansonsten bis dann...